Das Beste an diesem Shooting ist, dass ich mich zu hundert Prozent sehe. Ich sehe mich als selbstbewusste aber auch als selbstbestimmte junge Frau und es am Ende wirklich etwas Feminines, Erwachsenes zeigt und das gefällt mir eigentlich richtig gut. Das Beste an diese Eines ist kaltes Ich möchte das Christmasmasch, auch wenn ich auf der Sitz des Wohnzüttelde bin. Untertitelung des ZDF, 2020